So, wir holen uns den Captain. Welches Ding ist das denn? Okay, das Ding da oben ist jetzt kaputt gegangen. Leer, und? 35. Ja, die haben wir... das heißt, es gibt doch... Die haben wir doch ganz viel. Das kann aber so eine Einheit herstellen. Gut. Die Endermans... Die Endermans können wir uns theoretisch noch ins Haus holen, das geht. Und die Dante campen? Ich glaube, acht Koppelstar müssten reichen, um es halt den Rest zu geben. Reicht nicht. Die Endermans Die Endermans Die Endermans Okay. Okay. Wann ist das noch besser? Was ist der Dunkel? Besserer hast du. Ich hab so nur Hilfe und Apfel wieder gesucht. Okay. Alles klar. Hau uns in das Leder. Pems hab es krampig. Stahl, Stahl. 2,5. Können sie den einen Korkofen doch... Wie ist denn der? Hi-Ofen. Hi-GH. Hi-Hi-Ofen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hi-Ofen, Pricks. Entsteht aus? Ich kann auch schon hart. Entsteht aus? Wie soll ich das mit... Hä? Das geht gar nicht. Wir können es nicht herstellen. Wie soll das gehen? Wir können es nicht herstellen. Hi-Ofen, Pricks. Scorch, Dark. Und Scorch, Rain. Ja, aber wir können die Ziegel nicht herstellen. Weißt du warum? Copperstone schmilzt nicht. Das ist Sealed Stone. Wir können es gar nicht herstellen. Ich weiß, wie? Ich versuch's nochmal, Copperstone zu schmilzen. Aber es ist doch das letzte Mal nicht geschmoltert. Das ist ein Problem jetzt. Ach Quatsch. Denk, denk, denk. Irgendwo hat es eine abgelichtert. Versuchen wir's nochmal. Das ist ein normaler Stein. Vielleicht geht's mit normalen... Das fängt einfach nicht an. Das ist ein normaler Stein. Irgendwo ein normaler Stein rum. Da. Nee, du sollst ja auch keinen normalen Stein. Du sollst die Sealed Brick dazu einschmelzen. Ja. Ja, aber guck mal, mit was ich das drüber gießen muss. Mit Sealed Stone. Und das entsteht aus... Aha. Mhm. Aha. Cool. Ja, was steht denn in der... Sealed Brick. Was steht denn in der Dingens drin? In der... Im Anleitungshof. Du musst in die Stadt. Wir haben ja noch zwei Sealed Bricks. Wie viel brauchen wir denn von dem Scheiß? Kann ich wohl mal den Ofen einschmelzen? Warte mal, ich muss kurz nachgucken, ob das geht. Das müsste gehen. Auch nicht. Scheiße. Das hier? Nein, das hier? Wö? Oh. Dies hier wird Bricks gehen. Da geht aber nicht so viel raus. Fuck. Das ist für alle mögliche Scheiße jetzt in der Stadt. Für alle mögliche Müll. Halt! Toolforge. Nee, 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 nee. Das müsste gehen. das lassen wir mal lieber mit den drei das lassen wir mal lieber das bleibt so wie es ist das lassen wir mal lieber eben gerade bei einem ganz bisschen bauernfehler begangen machen jetzt drei eisen blöcke bauen uns aus der toolstation die tool vorge jetzt bei die letzten drei sie wird präxiv dafür benötigen jetzt beinahe verwurstet wie weit ist sie was schon mal in der stadt rüben die ne sogar 400 meter so weit ich bin kevin auch entgegengelaufen also hinterhergelaufen wie ich festgestellt habe ich habe kein 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 wasser während mich zu umdrehen stimmt das ist viel ok das geht doch das geht trotzdem 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 7 7 7 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 5 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 11 11 11 14 16 15 14 15 15 16 16 14 Gehen wir mal in die Drehung, ich weiß nicht ob das geht. Ist die denn schon im Feld? So. 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 So, das funktioniert nicht. Oder? Ja, funktioniert nicht. Aber. So. So, das funktioniert nicht. Wo hat man vor Ort Ofen, ist eigentlich nicht. Hm, wo soll eigentlich mein... Den Primatikkraft? Ja. Das wird folgendermaßen gemacht. Wir gehen hier, also die Treppe, wird nicht direkt tiefer gehen. Ja? Die gesamte Esmalterie wird komplett mit nach unten versetzt. Oder? Also braucht das jetzt auch noch nicht auf. Ja. Nee. Weiß nicht, ob das jetzt so machen würde. So. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob das geht. Mit dem, was ich vorhabe. Oh, meine Kuh, so. Oh, das ist ja meine Kuh. Tinkers Construct. So, wollen wir mal schauen. Ich füge das Eis nicht mal an. Ich habe geschaut. Ich habe noch jemanden hier. Ich habe jetzt ein Stück Rande. Zwei Anhänger ziehen. Aber, schon voll. Sauber. Sauber, ja. Ich kann jetzt endlich mal hier ein bisschen warnen. Halt eins mehr. Ich habe hier mal da hingelegt. So. Äh, äh, nein. So, ja. Braucht dich ein. Drei. Ich habe hier. Ja, ja. Hallo, Lid? Wir direkt. Eisen. Okay. Lass mal Eisen. Ach quatsch. Drei reisen Welpid Das ist doch du Wo ist der? Das wird gekländet! Die alte Debsau Wo! Komm, 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 komm Gibt so keine... So kleiner Kripper, gib mir gleich mal hier so zwei Dinger ab, ey, das sind die zart Okay, ich hab, ähm, Panel Packs hergestellt Sehr gut So Schreckgepanzerte Skeletten, Wahnsinn Ah, ich guck noch ein bisschen nach vorm Able Loot Aber scheitbar nichts Daniel, wir können sofort die Enderminder zerstören Wie viele Enderfallen haben wir? Weiß ich nicht Ich guck noch Du kannst nicht zerstören Und fehlen... Hier Vier Endermints? Ja Gut, kann ich dir bauen Gut, die haben wir gleich Ich brauche jetzt die Enderdolls Klar Ich brauche dafür die... Scheiße, welche brauche ich denn dafür? Creepy Doll? Ne Die geht's nämlich nicht Creepy Doll ist doch Creeper Enquidoll ist the place The place Hä? Hey, wir können sie hier nicht bauen Okay, es gibt ein Enderdoll Da ist doch die schwarze Und das ist da... Fürs Ender oder was? Ach so Oder ist das für... Für ein Creeper Ne, ne, das ist für ein Enderman Genau Äh, wie bekommen wir an... Hahahaha Ja, erzählen wir mal, wie wir an... äh, Ink-Set kommen Squid Plans Hast du welche? Hast du Squid Plans? Hast du Squid Plans? Du? Nee, du? Oh Okay, dann halt nicht Pfff Pfff Komm schon Boah Nazi-Modus schlechthin Der Hitler ist aktiv Mann, Mann, Mann Oh Gott Mach... Nein Sonst Ich bin Schrapp hat Dürfen Was ist das? Schrapp So Lass alles in die Erde stecken, wir haben uns erst nur noch Tonnen an Getränken Ja, ich mach das auch so ein bisschen wegen dem Holz, ne, für die ganze Scharkohl nachher Das ist richtig Wir brauchen für den High Oven Scharkohl, wir brauchen für den Pressure Chamber Scharkohl Oh Mann Weil der nimmt keine normale Kohle Vier Diamanten und dort hälfte Treibstoff, perfekt So klappt das So, ups Okay, so, wir haben uns das Ding hier gebaut Und das passt ganz gut, Erde hat auch noch nicht fertig vor oben Ich muss dies reinschmeißen Ich brauche den nächsten Train, ah, ich brauche den Train, da brauchen wir uns nicht mal umsooten Gut, dann brauche ich das denn den Train ausschlecken Die Mutter ab Bisschen geschlecht Ich brauche noch ein Hebel Noch ein paar Hebel Hast du noch irgendwo eine Schere? Nein Meine ist explicit Oder depleted besser gesagt Es ist 아직 nicht aus Nur Eisen? Ja Eisen habe einen Millionen Tonnen Tool vouches ebenfalls einsatzbereit Jetzt habe ichAND eine eine Lüt Im Platz der Start ist ja geil Näm Druckl 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 Okay. T T T T T T T k k k k ich werde die Oberfläche versucht nochmal zu schießen müssen wir versuchen zu schießen Ich rüste eben noch meine Rüstung an und ein bisschen mehr Panzern werde ich übeln. Das geschieht auch meine Geschützkanse. Aber es ist ja dunkel. Ich rüste eben noch meine Geschützkanse. Jetzt geht die Dämmerung aktiv. Jetzt wird es dunkel. Ah, sehr schönen Mammutbaum. Ich ne küsse ich gleiche und dann geht's los. Vielleicht ist es vielleicht länger da oben auf der Geschützkanzel hocken. Brauche ich nur ein paar, zwei, drei Bottles. Wie fehlt Energie? Ok, das ist nur Treibstoff. Deine, ich hab jetzt mal Apfel, ne? Ich stößt mal zu seinem Rotzutat. Dass du daraus mal einen Apfelbaum machst. Hab ich doch schon, hab ich doch gesagt. Das Problem ist gelöst. Achso, ok. Denken. Essen. Das Open Hocke brauche ich auch ein paar Joghurts. So zur Entspannung. Einsam auf der Geschützkanzel hocken. Oh, ein Pickle ist ja doch wo wir das sammeln. Oh, ein Pickle ist ja doch wo wir das sammeln. Oh, ein Alpino Enderman. Ziel, Alpino Gott geladen. Kein Treffer. Ah. Ich hab mir was getan. Danni. Ja. Es müssen nach der Theorie nur noch 3 Enderman sein. Er ist geplatzt. Korrekt? Ja. Ist doch da. Wo ist der? Ich finde ihn nicht. Er ist bei mir. da ist ja irgendwo der kommt immer wenn er hier unten okay jetzt ist definitiv 3 ok es ist noch drei oder danni bitte kurz moment ja gut Angst ist der Nächsten raus. Oh, geht schon. Ich hab mir die zu leffen. Lass mal einen Snack essen. Mmm. Halt meine Eindringlingsalarm von Endermans, ich hab drei angelockt, halt also für den Kampf bereit. Ok Dani, Endermans habe ich, es sind nur noch zwei, ja schön, bleib doch stehen wo du bist, hab ihn, erst um, erst weg, erst weg, wie viel haben wir noch? Hä? Hallo? Aber der ist doch gestorben. Da ist es bei mir oben umgefallen. Hier, er ist draußen, es ist ein Verarscher-Enterment, mein Vater steht da, die Position halten. Jetzt haben wir ihn. Was je so ein Verarschungs-Enterment. Wieviel noch? Zwei? Nur noch, zweie... Okay, okay. Ah, ich pack jetzt erstmal irgendwo rein. Komm schon, komm schon. Die Leiter bleibt da dran. Da muss man schön in die Kanzel hochkannen. Eins, zwei, drei, vier, äh... Das riesigen Skeletten ist hier. Wahnsinn. Riesen Zombies. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Achtung? Sagen wir mal! Ben Herr både! Ja. ist unter mir unter uns Wer hier? Die Diebes ändern! Ich hab ihn! Da haben! Da haben! Michael, da haben! Der geile Scheiße, ey! Das war's! Oh, das ist der Launcher! Geht doch! Best-Revivalents! Anderman! Making a killing! Natürlich nimmt ja das Maschinen-Frame! Din-din-din-din-din-din-din-din-din-din! So, zugegeben Technik-Pister! Under Pressure! Na hoge! Du-du-du-du-du-du-du-du-du! Gut. Hm... Wo ist der? Wo ist er? Da ist er! Maschinen-Frame! Hm? Sehr schön! Oh Gott! So! Moment! Wow! Rätst du ein Konto an, Skoll! Ha! 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 Gut! Dann wird das Problem schon mal gelöst! Hm! Die ersten... zwei, beziehungsweise wenn die anderen beiden das abgeholt haben, erst hier Maschinen für zu bauen! Ähm... Als erstes, ähm... den Vision Chamber aufbauen! Weil danach wird nämlich eine neue, ähm... neue, neue Quest nicht geöffnet, wo wir nämlich die Maschinen bauen müssen! Alles klar! Wenn wir die nachher doppelt bauen müssen! Dann müssen wir also jetzt erstmal dafür sorgen, dass du da unten deine Kammer hast! Ja! Ja! Rätst du ein! Und das... Rätst du ein! Rätst du ein Mann! Was liegt drinne? Da bist! Rätst du ein Lappes oder was kommt da rein? Ja! Ja! Wie beim Türken! Die Ausschuldung! Die... Mann, 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 man, bam, tsch... Was haben wir denn da drin? Schauffel! Schauffel, schauffel, runter... ...n мех mal... ...sch... ...besser kann man zwischenlaufen... Hm? Reminding 1 Redstone... Overdrive! Ich kann Redstone nicht anlagen, oder? Da muss die Guns sein Oh, scheiße... Die hat mich auf das Dingens hier geschubst Steht da auch noch, und ein Enderman Die Kacke ist in der Hand Es ist immer so, wenn ein Enderman einträgt, hat er es in der Hand Du müsstest mir einmal helfen, komm, die Spinne ist auch nicht fixiert, die steht hier vorm Fenster Ich komm, sitz nicht an meinen Grab ran Ich bin unterwegs, du kriegst nur einen auf die Krasse, was ist die? Wo ist die genau? Steh in der Küche Ein bei den Feldern, Stieftning Spinnst du? Was ist denn da los mit Tieren? Hmhmhmhmhmhmник Komm her, komm her, komm her Enderman, eh? Ja, schön, danke Bitteschön Der trägt unsere Verteidigung Das geht aber gar nicht Wo ist der jetzt schon wieder, hm? Ähm Dies ist illegal. Der steht hier oben bei mir. Ich hab ihn. Gut. Er musste für seinen Frevel an der Schärfung bezahlen. Er hat den Kampus geklaut. Ich muss ja jetzt den Platz unten ausschreiben. Und dazu.